Wir befinden uns im Jahr 50 vor Christus. Nach der Eroberung von Gallien, Ägypten und Spanien trägt Cäsar den Namen Roms bis zu einer Insel namens Britannia. Es ist unglaublich. Ich bin mit den Göttern im Bunde. Ich frage mich, ob wir auf ewig den römischen Legionen widerstehen können. Es gibt ja eine Dorf, die vollbracht hat diese Heldentat. Darf ich euch Tefax vorstellen? Sehr erfreut. Lasst uns schütteln, die Hände. Ach, Obelix. Hurra, wir fahren nach Britannien. Da gibt es ganz frische Römer. Ja, jedenfalls, wir sind bald wieder zurück. Willkommen in Londinium. Angeblich sollen die Britinnen port hässlich sein, aber die da, na hallo. Die ist sehr hübsch und das schwarze Kleid steht ja ausgezeichnet. Ich glaube, ich gefällt ihr nicht. Dann mach ihr ein kleines Geschenk, das kommt bei Frauen gut an. Ein paar Gallier sind unbemerkt an Land gegangen und haben in einem Fass eine Geheimwaffe. Wundervolle Neuigkeiten, nicht wahr, meine Sweeties? Was soll denn das, Obelix? Man darf ja mal ein bisschen kosten. Nur ein paar kleine Tröpfchen. Wir verpflichten Söldner, am besten Normannen. Angeblich sollen die keine Angst haben. Bande von Hofmann! Mach's die Leibe! Mach uns Angst! Aua! Wie lebt es sich denn so als Schafrichter? Hä? Nein, das interessiert mich wirklich. Schließlich hat man selten die Gelegenheit, einen Schafrichter kennenzulernen. Und wenn, ist es oft das letzte Mal. Ah! Ah!